So, wir haben den Bezirksmeister, Bürgermeister von unserem Stadtbezirk hier und möchte auch gerne ein paar Worte sagen. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe meinen Terminkalender heute umgestellt. Natürlich war ein anderer Ablauf für mich heute geplant. Ich habe im Radio gehört, was hier vorgefallen ist. Ich habe heute Morgen erfahren. Ich will Deutschland rassen Platz in die West. Ich bin hier, die Solidarität euch und den Opfer drücken. Es kann nicht sein, dass ich auf dem Alex, es kann nicht, dass ich eine beliebten Sympathie möglich habe, wenn ich niemand merkt habe. Ich wünsche mir, dass dieses Ereignis, möglicherweise dieses Verbrechen, alle Zeichen sprechen dafür, schnell aufgeklärt wird. Ich sage deutlich, kulturelle Vielfalt, ethnische Vielfalt ist ein Schatz für diese Stadt Berlin. Egal, welche Hautfarbe wir hier sind, welcher Religion wir sind, welcher sexuellen Orientierung wir sind, wo wir herkommen, hier geboren oder zugereist. Wir sind alle Berliner, es kommt auf ein tolerantes, friedliches Miteinander an. In diesem Sinne, habt ihr, haben sie die Solidarität des Bezirksamtes Charlottenburg-Württemberg-Masdorf. Danke schön.